Ich glaube dich an das System von Rang, Sojan. Ich verstehe doch nicht, warum man darüber lachen musste. Thies, saubere Sache, saubere Sache. Noch nicht starten, noch nicht starten. Thies, was machst du? Ja, wir können starten. Okay, let's go. Wie willst du denn jetzt mit Thysheim oder was? Ja, ja. Mach mit, wenn du kannst. Thies, nach vorne, schön. Oh mein Gott, ich habe ihn nicht gesehen. Er war unsichtbar. Ja! Er double touch! Nein! Er double tap, meine ich. Digger, hast du sowas mal in unserem Game gemacht, Thies, oder was? Jetzt musst du ernst machen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin richtig scheiße. Stark, stark, Marc. Ja, Juki, was ist das denn? Ja, er kann verlieren. Super. Ah, boom, Digger. Ja, der war richtig stark. Ich kasse Lightning McQueen. Boah, Alter. Warst du auch immer für den Grünen bei Kars? Nein, ich war immer für den Blau für King. Nein, Spaß, Mann. Ich bin so ein Hook-Fan. Hook war cool, Digger. Sag aber ehrlich, Digger, für mich war es der kleine Schraubentyp, Digger. Luigi heißt er, glaube ich. Ja, Luigi, glaube ich auch. Weiß ich nicht. Irgendwie sowas, aber er war es doch. Ja, okay, Thies, Digger, okay. Einmal, einmal will ich das von dem ranked sehen, Digger. Ah, shit, shit, shit. Hab ich? Ah, hab ich nichts! Er hat gechockt. Ah, bin ich scheiße, Junge. Nein, jetzt bin du. Ja, sup, nein! Richtig, schlag, schlag, schlag. Brr. Oh mein Gott! Brr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich verkack's alles nur. Ich bin sein. Quatsch. Quatsch. Nein, gut gehalten. Schieß er. Oh mein Gott, da hab ich mich dran belogen. Oh nein, ich bin vorbeigesprungen. Oh mein Gott! Er faked mich! Also... Wahrscheinlich nicht wirklich, aber... Doch, doch, es war tatsächlich gefaked. Aber ich hab leider nichts. Nein, ich bin vorbeigesprungen. Wie, Hüsam? Ja, los! Oh mein Gott! Ich hab noch was? Ja, ich bin bitte. Oh nein! Oh nein! Alles cool, du hast noch Zeit, du hast noch Zeit! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, nicht so! Okay, Jungs, ich sag, wie's ist. Teamwechsel? Nee, nee. Nee, ist wohl in dem Teeson nicht. Ich hab's. Okay. Der Digga, denkst du, ich geb jetzt Tees auf, oder was? Ja, wir gewinnen das, wir gewinnen das. Aber eigentlich müsste ich im Orangen-Schluss-Team gehen, tatsächlich. Ja, eigentlich Seitenwechsel, oder? Nee, nicht mal deswegen. Ja, okay, er ist jetzt gesetzt. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Digga, du bist so respektlos. Okay. Ja, natürlich bin ich das, Digga, ihr spielt einfach weiter. Ihr habt ja Dreck gespielt, ihr wolltet blau sein auf einmal, weißt du? Oh oh. Wieso schießt du denn das Tor? Nee. Digga, hab ich gerade echt das Tor gemisst. Schöner Dropkick, ich bin bitte auf jeden Fall. Ja. Oh, oh, habt ihr den Pass gesehen, Digga? Danke, Santa! Ja, war echt strong. Danke, Mano. Ja. Eigentlich fährt er noch bis zum Linksherter eigentlich. Ja, du hast doch gerade gesagt, ich fahr. Ah, wie geht's? So, klar, ich... Danke, Mano. Danke, Mano. Danke, Mano. Danke, Mano. Ab, ich hab, ich hab, ich hab. Ja, los, nach vorne. Ab vor Ort, ich bin da, ich bin da. Ich kann mit dem Auto nicht spielen. Du hast nie versucht zu. Ja, ich wurde gedemot. Stark. Stark Verteidigung. Ich komm ja gut an hier mit dem Timing. Monte? Oh nein, 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 nein. Oh, das ist scheiße. Sorry, war zu später. Boah, stark. Nein, Monte, warum du bist nicht weg? Das, du hast kein Problem. Doch, ich hatte noch... Egal. Scheißhaut. Passiert. Guck mal, weißt du, Hüter kann nicht mal geradeaus laufen. Echt, Dinger. Aber wenn wir erzählen, der kann das nicht so machen. Ja, Dinger. Wir müssen uns absprechen wieder. Nein, Monte, Monte. Okay, jetzt geh nach vorne, geh nach vorne, renne um daneben. Wohin soll ich laufen, Marc? Wohin? 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 Wir müssen nur ein Tor haben, bitte. Also ich weiß nicht, was sein Ziel ist, aber ein Tor wäre traurig. Besser als null, oder? Ich schwamm scheiße, wenn man das nicht kann, ne? Mein Gott, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Mitte? Ah, nur einmal vielleicht. Ja, okay, der kommt gut. Stark. Nein. Jan bluckt gut. Wollen wir jetzt Teams wechseln, oder wollen wir so bleiben? Ich möchte wissen, was Thies möchte. Ich möchte nochmal mit Monte. Eine Runde jetzt einspielen? 20 mal 5 spielen wir. Wir spielen vier Viertel, Basketball, let's go. Oh. Einspielen. Ich hab, ich hab, ich hab. Lass doch bitte den Ball. Ich soll den Ball lassen, wenn du schießt. Achso. Nächstes Mal. Nein. Marc. Jetzt Mitte. Baby. Ich war mir nicht sicher, ob du den jetzt selber touchen willst, aber das wird ein 2-0. Ja, alles gut. Ich hab's versucht. Ja. Ich hab's gut geklappt. Ich mag immer Mitte stehen. Nein. Es ist eng. Nein. Der ist drin. Der war bodenlos, du Prenner. Hat er den Blues geklaut, oder was? Ja. Ihr habt euch gecrashed. Ja, ich hab's gesehen. Stark. Marc, wir sind back im Game. Ja. Die ist ganz schwierig. Ich guck nicht mehr deine Nachrichten an. Du schickst mir Clown. Ich hab Angst vor Clowns. Wieso? Hier ist dein Spiel doch auch hier. Ja, aber den muss er nicht ganz angucken. Und dann geht er auf Demo-Jagd, oder was? Aber wie, ey? Er ist nicht Demon Slayer, er ist Demo Slayer. Oh. Hab ich, hab ich, hab ich. Ja, los, dann machen wir was. Ja. Das sieht aber so hässlich sein wie ich. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Das mit dem Stolz ist mir neu. Oh ja, da ist die Döne, Digga. Lass, 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 lass. Okay, mach mal, mach mal. Auf gar keinen Fall, mein Tor. Ah, Digga. Wo ist mein Teammate? Wo ist mein Teammate? Wo ist mein Teammate? Oh nein! Oh, du *** Sohn! Ach so, geht raus. Erklär das mal meiner Mutter, Thies. Digga, du so einer netten Mutter. Ohne Sitz. Moin Go. Hahaha, Thies, Digga. Nächstes Mal. Ich wollte euch erstmal nochmal ein bisschen gewinnen lassen, damit Thies und ich jetzt einmal durchgehen können. Wir haben euch halt am Anfang die zwei Tore gelassen, damit ihr so ein bisschen reinkommt, weißt du? Genau. Habt ihr jetzt Spaß gehabt? Jetzt machen wir ernst. Aber ich spiel. Wie ein Profi. Na gut, Marc, Deiner. Bist du da, Marc? Was? Boah, das ist du, Digga. Alter, sehr gut angenommen. Oder länger. Oh mein Gott, du musst da sein. Du bist alleine. Lass dich nicht verarschen, Marc. Alles, aber nicht verarschen lassen. Ja. Ja. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Was für eine Parade. Du bist da dies. Hallo da. Der ist drin. Das ist Geist. Gut gefaked, Marc. Gut gefaked. Nicht so weit. Monten, der ist drin. Aber den Mario mal. Nein! Oh, tiefen. Nein! Boah, der war schon egal. Digga. Das gönne ich ihm so gar nicht. Das auch nicht. Nein! Noch eine Runde. Wir haben fast gewonnen. Ja. Sagst du? Nein! Nein! Kippen jetzt. Wer wird? Ich bin auf die Seite. Ich bin auf die Seite. Ich bin auf die Seite. Oh, tief. Deine ich. Ja. Ich bin auf die Seite.